So, heute zu Besuch bei den Kliniken Bad Bocklet und Heskuro Kliniken Bad Kissingen, meine Gesprächspartnerin heute. Mein Name ist Franziska Braun, ich bin stellvertretende Personalleitung und seit mittlerweile acht Jahren an Bord. Wir beschäftigen aktuell in unseren Kliniken rund 450 Mitarbeiter. Franziska, hast du vielleicht gleich mal drei bis fünf Schlagworte irgendwie zu eurem Unternehmen oder zu eurem Klinikverbund? Wir sind ein digitales Unternehmen mit mobilen Arbeitsplätzen und Urlaubsbeantragung, bequem vom Sofa aus, kommunizieren auf Augenhöhe, wir leben flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege und Wertschätzung wird bei uns groß geschrieben. Wir wissen, was wir an unseren Mitarbeitern haben, deswegen gibt es an heißen Sommertagen Eis, Osterüberraschungen und vieles mehr, um das auch immer wieder zu zeigen. Kurzum, wir leben das, was andere versprechen. Cool, das hört sich sehr spannend für junge Führungskräfte oder Fachpersonal an. Bleibt mir gleich bei den Fachkräften. Warum sollten die im Allgemeinen zu euch kommen? Ein attraktiver Arbeitsplatz muss heutzutage mehr bieten als nur ein gutes Gehalt, wobei das natürlich auch wichtig ist. Unsere Azubis wissen, hier werden sie übernommen und auch unsere Fachkräfte schätzen die sicheren Arbeitsverhältnisse in Festanstellung. Auch wer sich weiterbilden möchte, ist definitiv richtig bei uns. Wir zeigen Möglichkeiten auf und unterstützen das auch sehr. Da kann es schon mal sein, dass der Azubi von heute die Führungskraft von morgen ist. Es hat natürlich auch Vorteile, in einer Klinik für Rehabilitation und Prävention zu arbeiten. Unsere Mitarbeiter genießen die Fitnessräume, schätzen E-Bike Leasing, Obstkörper, unsere Firmen-Events und die Verpflegung in unserem Bistro. Also zusätzlich noch Prima-Leistungen einfach. In welchen Bereichen sucht ihr gerade Menschen, die euch unterstützen? Gute Leute sind bei uns immer willkommen. Das heißt, wir stellen auch mal Überbedarf ein. Auch eröffnen wir Anfang 2022 einen neuen Standort in Bad Brückenau. Auch hier sind Bewerbungen in allen Bereichen, also von Verwaltung bis Medizin. Herzlich willkommen. Okay, das heißt ihr wachst sozusagen. Genau, richtig. Warum sollten die Menschen an euren Stand kommen auf der Messe an sich? Mit unserem eigens designten Messestand haben wir ein echtes Wohlfühlambient für angenehme und kurzweilige Gespräche geschaffen. Neben unseren kompetenten Ansprechpartnern lädt auch das ein oder andere kulinarische Highlight auf einen Besuch bei uns ein. Das heißt, du bist auch selbst am Stand vertreten und stehst für alle Fragen bereit. Gleich zur letzten Frage, Franziska, warum der Standort Kissingen oder der Landkreis Kissingen? Der Landkreis Bad Kissingen bietet neben bezahlbarem Wohnraum auch eine tolle Lebensqualität. Also sowohl die Abenteuer, lustigen Entdecker kommen beim Mountainbiking, Wakeboarden und wandern in der Hochröhne wie auch die Wellnishungrigen in einem unserer schönen 8 Heilbäder voll und ganz auf ihre Kosten. Wir sind wirklich stolz in dem Landkreis zu arbeiten, in dem andere nur ihren Urlaub verbringen. Cool. Franziska, das hört sich super an. Dann sehen wir uns auf der Jobmesse. Ja, bis dahin. Ciao, ciao. 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 Ciao.